Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tragenzahn ALLEIN mit dem Cedrix wieder hier und hier dritte Herausforderung geschafft und ja erstmal Punkt 1 an der Tagesordnung was ist heute drin übrigens am 25 war genau das drin was ich am 24 erwartet habe zwei goldene Geschenke und so weiter und so fort und so weiter und so fort aber anscheinend sind sie so ein bisschen Amerikaner ist deswegen weil am 25 feiern erst die Amerikaner so alles Geschenke auspacken und deswegen so okay okay was die waren doch die waren doch schon die waren doch schon leer ja egal 100 Draken 10k wir kommen schaffen wir das noch nicht mehr ne schaffen wir echt nicht obwohl vielleicht kommt ja noch in einem dieser Pakete ja noch tragen dann würden wir ne 100k da wäre bei 9937 egal was ich euch heute mal zeigen wollte ist wie schnell schafft man sind bitteschön durch die Map durch bis hin zu Camparos und ich muss sagen diese Map die war irgendwie viel easier als sonst ich habe das auch mega geil eingefärbt ich finde das so sieht es einfach am geilsten aus beziehungsweise wenn man das noch das nachtblau hätte das sieht einfach am geilsten aus aber das habe ich leider nicht egal deswegen hat man dieser Waffe so eingefärbt mit diesem purpur ding ja flüssliches purpur finde ich sieht ganz schön aus und so jetzt erstmal und weil jetzt kommt vielleicht ein timer rein gut verkackter run wie man jetzt einfach mal zeigen kann wie schnell man hier einfach durch waschen kann das ist welches durch durch was möglich ist so ein run in fünf minuten zu machen und das ist keine so dass wir es ist was heftig gewesen wäre wenn wirklich immer eine Münze bei camparos gewesen wäre das wäre wirklich extrem gewesen dass das würde würde es hätte der sagen und herausforderung wie ich hier töte töte 999 mal sagen und im vergleich getan ja schon direkt verkackt keine ahnung warum ja ist es hier das schild nicht viel ablockt sind kaputter schild okay noch mal ein timer jetzt los jetzt ist das jetzt muss der richtige time falls ich überhaupt da sowas einbringe eventuell blende einmal kurz ein ungefähr jetzt in zehn sekunden die vergangenen 20 sekunden oder schaut die einfach haben die zeit auf einmal zu zeigen haben wir anbieten weil ich wollte einmal noch die map zeigen von der dritten heraus verdrungen also hey mega genial dass ich hier einfach mal dass sie die so freundlich gewesen sind und extra hier so ein paar dinger kaputt gemacht haben also hier extra noch mobs reingebracht haben wo man eh schon kaum so recht schwierig durchkommt oder sind da richtig behinderte mit beide wenn ich einmal gestorben bin dann habe ich einfach den fall wie heißt es eben zurück in die stadt und dann mit gewechselt weil die wandern etwas einfacher ich bin jetzt gerade ganz kurz ganz gut durchgekommen nein das kann nicht wahr sein ich lasse doch keinen cube da liegen das kann nicht wahr sein jetzt müsste man eigentlich diesen diesen punkt da jetzt raus ist abziehen das ist mir im ganzen event nicht passiert dass ich auf dem weg ein würfel finde ne ich hätte erwarten sollen um die abgänge zeit runterzusetzen vom generell einmal nicht kommen durch nice okay jetzt hat das natürlich etwas länger gedauert ich glaube drei minuten oder so aber man müsste es ungefähr also ich habe es schneller geschafft also jetzt er das ist ein wie gesagt vor viel effekt ist mir ja langsam wenn man es hier kann man richtig schön schnell durch waschen wahrscheinlich jo das passt eigentlich ich habe es geschafft wir die hälfte einfach so durch zu waschen also ich habe es mal geschafft bis hier oben hin mit dem pferdchen hoch zu waschen hier ab hier ist eigentlich mega einfach das hat das hier geht eigentlich mega schnell wenn es bei 30 sekunden oder so kann man so und also beziehungsweise das ist ja hier die lange map bei der ich habe schon eure gedanken hat gar nicht dass er gerade so hier gerade am sterben ist ungefähr so hey cedric hey du musst du mal auf die leiste gucken du bist du fast krass fast gerade mit verrecken so fast krass aber ne bin ich nicht ich merke das denn ich bin nicht bin hat hier einmal kurz im aufgewirr ist so und jetzt nein jetzt lauf doch bewege dich das blöde das ab und zu einfach mal so die mobs einfach so sagen so und ich habe keinen bock und wir haben jetzt hier schnell umgerüstet um den eben zu vernichten und fertig das waren mit den zwei mit den drei minuten am anfang und den zwei minuten jetzt insgesamt fünf minuten die ich für den kompletten man gebraucht habe und das ist die das ist die lange und große map die lange und große map ich glaube die zweite heraus bei der zweiten herausforderung war keine ahnung kapiere ende das heißt man hat locker in fünf minuten einmal geschafft und man musste extrem viel fahren also für die leute die die gedacht hätten ich hätte den wohlbekannten relocken benutzt ich war so bin und bin jetzt herumgelaufen allerdings habe ich das schöne gefühl ich habe es ehrlich gemacht natürlich war ich in der gruppe und da haben diese gesagt relock ich mal und dann haben sie irgendwie rausgeworfen und ich so okay mach mal und dann so ja habe ich ihn auch gewusst wie er funktioniert aber nicht unbedingt benutzt weil ja ich sag mal jetzt nicht finde ich finde nur nicht unbedingt wie heißt es kacke ja es ist aber den haben sie mittlerweile gefixt der relock bug der geht jetzt mittlerweile nicht mehr soweit ich weiß wir haben sie also bei dem event auf jeden fall nicht mehr habe ich aber auch habe ich einmal ausprobiert um direkt zur gede zu sagen leute macht es so wie ich selbst die große map kann man ja aber für mich ist ein diesen ein wochenende ist einfach übergekommen und habe einfach durchgefahren weil ich wollte es unbedingt direkt sofort haben nicht dass er irgendwann die kiste einfach weg machen oder so erkennt man ja einiges ich wollte es einfach direkt sofort haben vielleicht gibt es dann irgendwie so einen pack und die die jetzt gemacht haben bekommen irgendwie noch tausend tragen plus wie bei der bei dem livekeeper einfach mal 4000 tragen gratis wieder zurück für eine krasse überhaupt op waffe die immer noch op ist ja eigentlich weniger op man kriegt damit kaum leute gekillt man überlebt nur extrem viel auf jeden fall das event ist auf jeden fall machbar man braucht jetzt 1500 münzen man bekommt allein schon keine ahnung 200 münzen durch kalender und den ganzen herausforderungen da das heißt sagen wir mal 2 mal weg 1300 das sind 10 130 runs mal 5 minuten das sind 500 650 das sind 10 stunden irgendwas mit der herausforderung also weil ich jetzt das nicht innerhalb von einem tag hinbekommt der hat entweder keine ausdauer keiner zeit oder einfach keine lust ich habe einfach mal 24 stunden ja doch 25 stunden mit dem paar pausen weil die ganze zeit am pormuder zu sitzen geht echt aufm arsch und ach ja und mittlerweile habe ich die ganzen dinge ja jetzt voll die ganzen dinge hier schneeflöckchen weißröckchen wann kommst du geschneit jetzt wird erstmal der geilste stein gecraftet seit menschen erschaffen bla bla ficken juhu ne 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 im moment in der richtigen reihenfolge auch erstes kam die schneeflocke dann das und dann das teil ja gecraftet 48 prozent wären wir jetzt bei 49 fucking prozent das heißt mit dem teil fliegen 51 prozent wenn ich ohne das teil 60 prozent hab dann rüchte ich das teil weg und gehe einmal kurz hier zur netten emilia oh guten tag emilia du bist heute wunderhübsch und geh mir das das macht in meinen augen mehr sinn und es kostet nur 5000 gold also easy gekauft bald ist meine road to 10k gold auch endlich vorbei ach und ich habe mir die pakete hier übrig gelassen und tschüss so was habe ich ach lol genau moment lebenspunkte sind auch gestiegen jo das habe ich jetzt gar nicht gecheckt jo so was ich jetzt noch machen werde im beziehungsweise im event und so weiter ist äh eventuell diesen ganzen scheiß an essensen einfach wegpacken aber hätte ich gehe mal kurz nochmal in die eine map ähh na haut lan da weiß ich nicht wo der schneemann ist und hoffentlich habe ich in dieser folge mal einen luck drop von essensen und hoffentlich ist er auch einfach mal da ich war mal eine co äh ja ich glaube eine halbe stunde habe ich war mal da rumstehen und dann mal ein bisschen gefahren und da hat er mir einmal 200 essensen direkt einmal so direkt gedroppt und das fand ich richtig cool dann haben wir diesmal Glück 100 das ist das ist quasi ein run für mich und das und wie heißt das hier so ein bisschen rumstehen mache ich echt so wenn ich krass lange weile ab oder gerade einen richtig spannenden film gucke bei einem richtig spannenden film kann ich einfach nicht zocken weil ich einfach gespannt drauf gucke und würde ich event machen würde ich die ganze Zeit abnäppeln wo das einfach oh cool und dann weißt du was ich dann auch noch mache ist einfach wieder rap rap ja ich esse jetzt gleich ein rap übrigens für die leute die so ein bisschen zusammensparen die eh macht so viel enorm Zeitersparnis mit der geht so viel alles schneller also gönnt euch die einfach ich glaube im angebot kostet die eben nur so 2000 irgendwas 2500 so kostet irgendwie gegen 3000 ok muss er muss direkt wechseln beziehungsweise muss einmal relock damit sich die map resettet zack zack und dann geht es direkt hier los oh ich bin naja das ist egal oh ne keine ahnung verkackt auf jeden Fall ein bisschen behindert das hier so extrem viel schnee liegt obwohl es keine weiße weihnacht gibt keine ahnung in fünf minuten respawn da wieder und dann ist alles in Ordnung konnte ich wieder 100 jetzt habe ich 2050 cool ja ich wollte ja eh noch eh noch meister tatzefarm für ein paar leggys und übrigens das geilste das geilste an der Herausforderung war dieser Loot euer ich dachte zuerst das sind doch die 40 Andermann Typen und ich denke so nein die haben wirklich ein direkt 20 mächtige Segenwächter geschenkt das hat einen Gegenwert von 2.400 Andermann und das ist so geil aber freue ich mich richtig rüber was natürlich noch etwas schöner wäre wenn man sich entscheiden könnte wenn man tot ist bezahlt ich lieber 120 Andermann oder nur lieber den Seelenwächter zwar kommt es auf Plus Minus Null raus aber das Problem ist habe ich mal absolut keinen Andermann dann hätte ich gerne die um mich wieder zu belegen das ist der Clou daran aber generell gehe ich mittlerweile ohne nicht mehr in einem Map wo ich sterben kann ohne etwas Andermann vollzusapten 5 also für 600 Andermann mindestens ansonsten wäre lustig wenn ihr die einfach mal einen Shop anbieten würden für 100 Andermann und Andermann dann kaufen die alle so dann haben wir dann hinterher einen Vorrat von hunderten und hunderten voll Stacks ach irgendwas ich habe das ganze Set voll ich habe Krampus war mir so gnädig und hat mir das Amulett gegeben boah das hätte ich jetzt beinah vergessen gut dass ich das noch herausgezückt habe ich habe da 450 Gritte 8,5 Lebenspunkte Item macht mich voll darauf und noch mehr davon aber ich verliere eine Menge davon aber je nachdem wie gesagt ich will das eine neue Mondset und eventuell kommt das zu Einsatz deswegen wollte ich das Ding unbedingt haben soweit ich weiß mach das ich gehe mal kurz zur Zwischenwelt es kann sein dass das hier besser ist ne das macht 15 Lebenspunkte macht nix an crit gut verkackt 15% Lebenspunkte das wären aber nur hier die 8,5% machen irgendwie nur 500 Leben bei mir das wären dann 1000 Leben da wäre ich mit einem komplett nur Leben Item viel besser dran weil ich zeig euch jetzt einfach kurz einmal ein Item wie hoch die Lebenspunkte bei zwei Punkten darauf sein könnten so fett können die sein krass 1.5% Leben durch ein Item könnte man sich echt überlegen hm ich nehme jetzt doch keine Prozentwerte wenn man jetzt mal obwohl 200 das müssen ja mindestens 225 mal also zwei super Dinger wie hier das ist fast nicht topbar und da sage ich mal fast nicht topbar trockbar da sind die Lebenspunkte dann wieder ein bisschen mickrig da könnte ich da müsste ich irgendwie schon dreimal also ungefähr ein gutes Wert Moment 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 das wollte ich mal ausprobieren in diesem Video das komplette Set mal damit spielen weil das hat ja so eine lustige Vertauberung wenn der Gegner trifft wird schon gar nur 5% die Chance eine Ice Nova zu machen erstmal die Stats mit diesem Set Lebenspunkte Boom Ey ist gar nicht mal so schlecht relativ viel Schaden angenehm hohe davon kriegt Schaden ja gut hier ist das Problem es hat kaum Blockwertung Somit kommt man überhaupt so einigermaßen auf einen vernünftigen Wert aber davon leidet der Schaden dann wieder ja ja ist ja nicht obwohl Moment Moment da ich ja hier eh genügend an Run Speed Attack Speed habe mit der Einhand Waffe ja das reicht kann ich dann eh einmal kurz in eine Map wo eine Map irgendeine Map wo viele Monster sind Highflow Sparta ja hier sind die ganzen so kleine Männchen und dann bin ich mal gespannt wie das reinhaut wie viel Schaden das überhaupt macht ach nö alter gehe ich halt kurz mal hier hin und lauf den kurzen Weg weil ich will nämlich nicht da oben starten ich will da unten starten ist ja relativ schnell aber was mich so ein bisschen stutzig macht wohl eher nicht wie jetzt in stutzig sondern wir haben das eine Rentier von letztes Jahr einfach mal nicht mehr drin dieses schnelle Reitier Rentier Teil warum ey warum musst du mich immer ficken und jetzt so gerade eben ist die Acha zerstört jetzt darf ich wieder zwei Stunden Nextarbeit reinstecken boah ich mach ich hab auch so Bock noch Drakensang wieder zu machen es passiert mittlerweile bei jedem Video ja so so da bumm Eis nochmal hm gar nicht mal so schlecht gefällt mir da ist noch ein bisschen Moment das hat Blockstärke das noch geupgradet das noch geupgradet das noch geupgradet könnte richtig sick werden was für eine Updringzeit hat das? 30 Sekunden Updringzeit das ist in Ordnung komm mal ein paar mehr Mobs 5% der Entscheidenden machen anscheinend nicht unbedingt viel Auslösung dann bumm ah das gefällt mir jetzt haben wir schon mal eine Schaden zu erreichen jetzt braucht es halt ein bisschen Zeit damit die Updringzeit nachgelassen wird und dann gehts wieder los quasi so bumm und dann kann man sich aufhören ach Moment mal mir fällt grad eine coole Idee ein geht das damit? toll es sind grad keine Monster da die sich daran testen können flak mit ber ich vor liegt fest viel Ja, konnte nix machen, ne? Aber egal, das war ja nur ein Test. Was macht das? Jeder Wutschlag, ne. Alle aktiven Abklingzeiten. Das müsste aber auch für den Frostnova gehen. Hit, 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 hit. Da war wieder einer. Ey, warum... Ey, es ist ne aktive Abklingzeit. Warum wird die nicht zurückgesetzt? Guck mal kurz, ob die überhaupt verpackt ist. Nö. Was für ein Dreck, Alter. Aber ist jetzt gar nicht mehr so schlecht, ey. Ich hätte gedacht, das wäre voll der Rotz, aber ist gar nicht mehr so kack. Ich hätte heck. pound 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 anno jing lại so kack je Oh, ja, braucht so kack? 아무래도 système. Schade, eventuell hätte man es so machen können, dass man das auslösen hätte können und dann direkt darüber wechselt oder dass er eher diesen Schaden nimmt, das wäre cool gewesen, aber ne, ja, also ist besser, besser als erwartet, nur ein bisschen stört mich, dass die aktive Abklingzeit, davon halt nicht, Moment mal. Das wäre mega geil, wenn das auch noch zurückgesetzt wäre, weil das ist eine aktive Abklingzeit. Aber hier steht 30 Sekunden Abklingzeit. Sollten sie schreiben, 30 Sekunden Debuff. Na, hier sind normalerweise nur Debuffs, aber das ist eine Abklingzeit, das gehört hierhin. Das ist quasi wie ein Skill. Moment mal, ich kann ja hier mal kurz mal nachgucken, eventuell, wenn sich die Steine, diese Amulettgaukler-Steine, auch auf die Abklingzeit dieser besonderen Items auswirken. Der ist gar nicht mal so geschlecht. Ne, Fertigkeitsabklingzeiten. Schade. Na, 30 Sekunden ist etwas zu lang. Wenn man das wirklich noch mit dem Wutschlag wegmachen kann, und wenn es nur ein PvE ist, wäre es cool. Oh ja, das Bissett behalte ich mir mal auf. Ja, das war's noch für diese Folge. Danke, Dragon Sang, für dieses sehr stabile laufende Spiel. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss. Vor der Aufnahme! Nein, da. Dine. Da. Da. Dine. 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 Thin. Dine. Dine. Dude. Dine. Na. Speaker. ... ... ... ... ... ... Do-do-do-dudum dum 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 ba-ba-da-bum dum dum ba-ba-da-bum b komma b là-da-da-dee, gum ba-ba-da-boom Schau. Lösch, lösch Miffer. Wаки, So wie Eis. Das war's für heute.